Mein Name ist Dennis Tischer. Herzlich Willkommen in meiner Allianz-Agentur. Ich verkaufe kein Produkt mit einem Stecker, was man anfassen kann, sondern ich verkaufe ein Versprechen. Der Markt ist nicht groß. Es gibt weniger Anbieter für Tierkrankenversicherungen. Allianz ist einer davon. Es ist ein Nischenprodukt, das ist auch den Tierhaltern bekannt. Und ich kenne eben nicht nur die Seite als Versicherer, sondern auch als Tierhalter. Die erste Frage ist, was ist dir, lieber Kunde, wichtig für deinen Hund, für dein Pferd? Was muss versichert sein? Ich mache das ja nicht erst seit gestern mit der Tierkrankenversicherung. Und dadurch habe ich natürlich auch viele Erfahrungswerte. Ein Tier ist immer auch ein Familienmitglied. Da will ich mir keine Sorgen machen müssen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Zumindest finanziell nicht. Viele Wege führen nach Rom. Also man kann mich über viele Kanäle erreichen. Man kann mich anrufen, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mich über Facebook anschreiben. Gut, die Brieftaube jetzt nicht unbedingt. Aber ich gebe das nicht vor. Durch Facebook bin ich ständig mit den Leuten in Kontakt. Oftmals kommt dann zum Schluss noch die vorsichtige Frage, machen Sie nur Hundeversicherungen oder machen Sie auch Auto? Tierversicherungen sind natürlich meine Herzensangelegenheiten. Aber ich habe genauso auch für die Menschen die richtigen Lösungen. Wenn Sie Fragen zur Tierversicherung haben, kommen Sie auf mich zu. Wenn Sie kein Tier haben, kriegen wir das auch hin. Kinder, entonces, Sie sehen uns dirigierst. Tarurgita, Tarurgita, Tarurgita Tarurgita, Tar간 und Targa Targita, Tar runuja input Và Tarulata Text Untertitelung des ZDF, 2020